In unserem heutigen Video stellen wir dir einen sehr eleganten und anspruchsvollen Hund vor, den belgischen Schäferhund. Wie der Name es verrät, stammt dieser wunderschöne Vierbeiner aus Belgien. Als ehemaliger Hütehund ist er ein vorzüglicher Wächter von Haus und Hof und ist darüber hinaus sehr lebhaft und blitzschnell in seinen Reaktionen. Er ist also jederzeit bereit, dich als seinen Rudel zu verteidigen und wird immer instinktiv alles beschützen, was mit dir zu tun hat. Das heißt aber nicht, dass der belgische Schäferhund der ideale Hund für ängstliche Menschen ist, die Angst vor Einbrechern haben. Im Gegenteil. Was du beim belgischen Schäferhund beachten musst und welchen Charakter er hat, erfährst du im folgenden Video. Wir starten mit der Optik. Der belgische Schäferhund gehört klar zu den großen Hunderassen. Bei einer Widerrisshöhe von 62 cm bei Männchen und 58 cm bei Weibchen bringt dieser Vierbeiner zwischen 25 und 30 kg auf die Waage. Belgische Schäferhunde gibt es in insgesamt vier Farbvarianten, die jeweils nach belgischen Städten benannt sind und sich nur im Fell unterscheiden. Dabei hat der Kronendal langes, schwarzes Fell und der Terwuerin langes, rotbraunes Fell, während der Malinois oder Malinés kurzhaarig und der Leken oder Lekonis rauhaarig ist. 1973 wurden diese Haarvariationen genetisch getrennt. Kreuzungen, die bis dato als andersfarbig zugelassen waren, wurden verboten. Später wurde der Belgier zudem in Arbeits- und sogenannte Schönheitshunde unterteilt. Die Folge, wie leider bei vielen Züchtungen, ein ziemlich wirrer Genpool, der die Gesundheit der armen Tiere nachhaltig negativ beeinflussen konnte. Diese Entwicklung ist aber inzwischen gestoppt und belgische Schäferhunde sind quasi das, was sie immer waren. Wunderschöne Hüte und Begleithunde. Der Charakter Da der belgische Schäferhund seine Wurzeln in der Hut und im Treiben hat, ist er auch heute in seiner gesunden Zuchtform immer noch mit diesen Merkmalen ausgestattet. Im Gegensatz zu seinem deutschen Verwandten ist er weniger massig, was ihn dafür umso flinker, wendiger und reaktionsfreudiger macht. Kein Wunder also, dass dieser besondere Vierbeiner unter anderem regelmäßig Jobangebote von der Polizei und dem Zoll erhält. Daneben ist er ein sehr sportlicher Vertreter unter den Hunden und demnach nicht für dich als Wegbegleiter geeignet, wenn du zu den Bewegungsmuffeln zählst. Perfekt ist er hingegen für aktive Familien und Menschen, die ausreichend Zeit für diesen besonderen Hund haben. Ein kleiner Hinweis, hattest du noch nie einen Hund, ist der anspruchsvolle Belgier für dich vielleicht eher nicht die richtige Wahl. Da ist es dann auch nebensächlich, dass der Wusel sehr pflegeleicht und extrem robust ist. Belgische Schäferhunde sind ausgesprochen intelligent und belastbar. Neben den Sporteinheiten gehört somit auch die geistige Forderung zum täglichen Beschäftigungsprogramm deines Lieblings. Er braucht dich als einen Menschen, der mit ihm arbeitet, mit ihm spielt, der für ihn da ist. Unterforderst oder vernachlässigst du ihn, kann dies schnell in Frust und auch Aggression umschlagen. Plane also täglich ausreichend Zeit und Lust für sportliche und körperliche Aktivitäten ein. Tatsächlich ist der Belgier ein wahrer Sportfan, der dich für sein Leben gern beim Reiten, Radfahren, Joggen, Wandern und sogar Schwimmen begleitet. Ist er ausreichend ausgelastet und gefordert, wird er auch empfänglicher für die Erziehung, die ansonsten nicht nur scheitern, sondern bei ihm auch in auffälligen Verhaltensmustern enden kann. Pflege und Gesundheit. Wie bei jedem Hund spielt die Erziehung eine große Rolle. Tatsächlich steht sie nach der wohldurchdachten Entscheidung, einen belgischen Schäferhund bei dir einziehen zu lassen, an alleroberster Stelle. Soll er dein Familienhund werden, ist eine frühzeitige Sozialisierung enorm wichtig, damit er sich an seinen neuen menschlichen Begleiter gewöhnen kann. Konsequenz ist selbstverständlich ebenso vonnöten, damit er dich als sein Alphatier bzw. seinen Gruppenleiter akzeptieren kann. Vergiss bitte nicht, dass der Belgier ein sehr sensibler Hund ist, der zusätzlich sehr viel Liebe, Ruhe und Gelassenheit braucht. Sei also konsequent, aber gleichzeitig nicht übertrieben streng und bestrafe ihn nicht für etwas, das er unbeabsichtigt nicht richtig gemacht hat. Das gilt aber im Übrigen für jede Hunderasse und generell für jedes Haustier. Wer so aktiv ist, benötigt selbstverständlich die passende Ernährung, um immer fit zu sein und den Energiespeicher aufzufüllen. Ein hochwertiges Futter ist unerlässlich. Wie viel dein Racker davon jeden Tag braucht, lässt sich nicht pauschal sagen, sondern hängt in erster Linie von seinem Energiebedarf, seinem Alter und seiner körperlichen Verfassung ab. Die Welpen und Senioren bei diesen Hunden brauchen natürlich weniger Nahrung als ein voll in seiner Kraft stehendes junges Tier. Was aber für alle Hunderassen gleich ist, Fleisch dient als wichtigste Nährstoff- und Proteinquelle. Entsprechend hoch sollte auch der Fleischanteil sein. Getreide dahingegen sollte nicht enthalten sein, da dies für Hunde nur schwer verdaulich ist, ebenso wenig wie Zucker und künstliche Zusatzstoffe. Bei der Ernährung mit Nassfutter kannst du neben hochwertigem Dosenfutter selbstverständlich auch eine Barfernährung wählen. Diese Ernährungsweise baut auf die Fütterung von Frischfleisch, Knochen, Innereien, Fisch, angereichert mit Obst, Gemüse, Ölen und natürlichen Zusätzen wie beispielsweise Algen und Kräutern. Wichtig ist, dass die Ernährung immer auf die Bedürfnisse deines Rackers zugeschnitten ist, egal für welche Fütterungsvariante du dich entscheidest. Der belgische Schäferhund ist der sportlichere Verwandte unseres ebenfalls beliebten deutschen Schäferhundes. Er hat nicht nur ein großes Herz, sondern ist auch ein hervorragender Wach- und Begleithund. Ist er ausreichend gefordert und erzogen, wird er zum unglaublichen Weggefährten. Ist er das aber nicht, kann das sanfte Wesen in einigen Fällen in Aggression umschlagen und das ist weder für dich noch für deinen Vierbeiner von Vorteil. Überlege dir also gut, ob du bereit bist, diese lebenslange Verantwortung zu übernehmen. Schließlich ist der Belgier ein anspruchsvoller Hund mit einem ganz eigenen Charakter. Möchtest du noch weitere interessante Videos und Rasseporträts sehen? Dann klick jetzt auf eines der Bilder und du kommst direkt zum jeweiligen Video.